Bald nach dem Sturz der Koalitionsregierung wurde Seipel Bundeskanzler. Damit begann Kuhnwalds lang geheim gehaltener Einfluss auf den neuen Machthaber. Eine mystische Verbundenheit einte nun diese zwei Männer, deren Ziel die Rettung Österreichs war. Später, als nicht mehr verborgen bleiben konnte, dass der Politiker im Priestergewand viele Abende bei seinem gelähmten Ratgeber verbrachte, nannte man Kuhnwald nur mehr Seipels graue Eminenz. Die letzte Szene der Tragikomödie, die Seipel und ich gedichtet haben, erzählte mir Kuhnwald, hat ein Happy End. Aber es war ein langer Weg. Sie sollen hören, wie wir im letzten Augenblick ein Warbonk-Spiel riskiert haben. Österreich kann nur durch eine Bindung an Frankreich gerettet werden. Gelingt es, französisches Kapital für große Investitionen in Österreich zu gewinnen, kann unser Miniaturstaat zu einer Art Schweiz werden, wozu er durch seine geografische Lage, seine herrliche, bunte Landschaft und seine kulturelle Genialität prädestiniert ist. Seipel hat dieses Problem, das ich ihm aufgeworfen habe, lange studiert, schließlich meine Ansicht geteilt. Die finanzielle Injektion wäre auch die stärkste Waffe gegen die Anschlusspropaganda. Der ist nicht so leicht beizukommen. Oh ja, der materielle Aufstieg Österreichs hängt von der Beseitigung der Arbeitslosigkeit ab. Frankreich hat sich durch die Zertrümmerung Österreichs in die größte Gefahr begeben. Falls nämlich der Anschluss zustande käme, wäre dies eine mächtige Stärkung Deutschlands. Dies ist für Frankreich der Augenblick, seinen Fehler wieder gut zu machen, indem es Österreich finanzieren hilft. Sie müssen, Exzellenz, sagte ich, Frankreich aus seiner Lethargie wecken und darum versuchen, Frankreichs Konkurrenten zu interessieren. Vielen Dank.